Ja moin Leute, Servus und herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um die Europa League gehen, die am Morgen Donnerstag am 16. September zum ersten Spieltag in der Gruppenphase einleitet bzw. einlädt. Wir schauen uns die Spiele kurz und knackig an. Ich habe vier Tipps für euch mitgebracht, die gehen wir zügig durch. Ansonsten was kam für den heutigen Tag raus und zwar der PSG Handicap Sieg mit minus 1,5 Toren. Was bedeutet, dass das PSG mit zwei Toren Abstand gewinnen muss, damit die Wette durchgeht. 1,65 Quote gibt es hierfür natürlich kein wirklicher Leckerbissen in der Hinsicht. Gestern hatten wir Bayern München im Sieg gegen Barcelona. Das Ding ging zügig durch, sodass diese Wette gewonnen wurde. Ansonsten natürlich den Link zur heutigen Abstimmung findest du wie immer unter der Videobeschreibung. Gerne natürlich auch einen Daumen nach oben geben für den Algorithmus und einen Kommentar schreiben. Würde mich sehr freuen. Ansonsten check gerne auch die Telegram-Gruppe ab. Dort sind über 200 Leute drin. Dort kannst du deine Tipps dann auch ebenfalls teilen und wird der Finale-Tipp im Normalfall, wenn ich es schaffe und dran denke, auch nochmal gepostet. Ansonsten bei Leverkusen gehe ich natürlich von einem Sieg aus, aber die Quote lohnt sich aus meiner Sicht nicht. Ich bin jetzt auch nicht der größte Freund, in irgendeiner Form auf Tore zu gehen, auch wenn Leverkusen sich natürlich in Tortechnik sehr, sehr stark oft präsentiert. Aber trotzdem ist dies aus meiner Sicht immer nicht so leicht abzuschätzen. Dann Dynamo Zarke gegen West Ham United. Dort hätten wir den ersten Tipp. Und zwar West Ham United aus meiner Sicht gerade auswärts in der letzten Saison, wenn ich es noch recht im Sinn habe, sehr, sehr gut unterwegs. West Ham hat keinesfalls in den letzten 14 Spielen verloren. Dynamo Zarke natürlich immer sehr, sehr unangenehm dort zu spielen. Trotzdem sind sie in der UEFA Champions League Qualifikation gegen Tiraspol ausgeschieden. Ich schätze insgesamt West Ham United deutlich stärker ein und glaube, dass sie das erste Gruppenspiel gewinnen werden. Galatasaray gegen Lazio Rom. Lazio Rom auch zuletzt mit einer Niederlage gegen Milan, der erste stärkere Gegner gegen Spezia. Gab es einen fulminanten Sieg gegen Impoli, den Aufsteiger, wenn ich mich recht entsinne, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Gab es einen Auswärtssieg, 1,91-Quote, gar nicht so einfach geschätzt. Normalerweise haben die Top-6-Mannschaften in Italien immer sehr, sehr geringfügige Quoten. Galatasaray unentschieden, unentschieden gegen die Glasgow Rangers. Gab es dann tatsächlich einen 2-1-Sieg. Schwerig zu sagen, mir gefällt das ganze Spiel nicht sonnlich schwierig abzuschätzen. Lazio Rom immer sehr abhängig von Immobile, deswegen würde ich da hingehend meine Finger von lassen. Lok, Moskau, Marseille auch schwer zu sagen. Das Ganze dann ebenfalls Rapid-Wing-Gank auch schwer einzuschätzen. Real Betis gegen Celtic. Dort wundert mich die richtig hohe Quote auf Celtic. Ich weiß natürlich, dass Celtic im letzten Jahr nicht sonnlich stark war. Gegen Alkmaar gab es das Ausschein. Real Betis jetzt auch in der Liga nicht so berauschend. 1-1 gegen Mallorca, 1-1 gegen Cades. Das ist jetzt nicht so stark. Real Madrid hat sich schwer getan, ist aber auch keine Übermannschaft. Ich finde die Celtic-Quote ein bisschen zu hoch. Aber wenn wir uns das Handicap wahrscheinlich anschauen, dann ist dies wahrscheinlich auch nicht sonnlich berauschend. Und du siehst, plus 0,5, plus 1,0. Tor ist dann schon, wie gesagt, eine 1,725-Quote. Naja, naja, haut mich jetzt absolut nicht vom Hocker dieses Spiel. Ich kann beide Teams von deren aktuellen Stand relativ schwer einschätzen. Da müssen wir dann mal schauen nach ein paar Spieltagen. Roter Stern-Belkert gegen Braga. Roter Stern sicherlich den Heimvorteil. Keines der letzten 49 Heimspiele verloren. Braga natürlich eine der Top-5-Mannschaften aus Portugal. Spielerisch ganz ordentlich. Zuletzt zwei Unentschieden und einen knappen Sieg. Gegen Lissabon gab es die Niederlage. Schwer einzuschätzen. Roter Stern-Belkert natürlich, wie gesagt, die Quote gefällt mir nicht, um jetzt da auf einen Direktsieg zu gehen. Ist mir zu niedrig als in allem. Wie gesagt, deswegen erstmal dazu kein Tebröndby gegen Sparta-Brag. Hier würde ich tatsächlich Richtung Sparta-Brag im asiatischen Handicap gehen. Mit 0,0 gibt es eine 1,875-Quote. Alles in allem. Dann schauen wir Frankfurt gegen Fenerbahce. Frankfurt zuletzt natürlich relativ dürftig unterwegs. Seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen. Fenerbahce keines seiner letzten zehn Spiele verloren. Also das Momentum liegt eher bei Fenerbahce Istanbul als bei Eintracht Frankfurt. Deswegen würde sich dahingehend eher ein Tipp Richtung Istanbul ergeben. Dort schauen wir auch mal Richtung Handicap-Bereich rein. Ja, plus 0,5 gibt eine schöne 2,150-Quote Richtung Fenerbahce Istanbul. Leicester City gegen Neapel. Dort würde ich tatsächlich mal einen Tortipp mitnehmen. Und zwar über 2,5 Tore. Zwei sehr torreiche Mannschaften. Deswegen, wie gesagt, sehe ich in über 2,5 nicht als unmöglich an. Monaco gegen Sturm Graz ist eigentlich für mich eine Monaco-Sache. Quote gefällt mir nicht spielerisch. Absolut auch aktuell noch nicht. Monaco, dann haben wir Olympiakos gegen Antwerpen. Schwer zu sagen, das Spiel natürlich Olympiakos favorisiert. Einfach deutlich mehr Erfahrung, aber performance-technisch nicht sonderlich. Berauschend aktuell das Ganze. Ein Dorf gegen Real Sociedad. Dort sehe ich eher Real Sociedad ein bisschen vorne, muss ich euch ehrlicherweise sagen. Aber auch ein heißes Eisen das Ganze. Rangers gegen Lyon ebenfalls schwer einzuschätzen. Du siehst es an der Quote. Das wären die vier Tipps. Du findest sie unter der Abstimmung. Gerne wieder abstimmen, umso mehr und so besser. Du bekommst die Expertise von anderen Leuten. Finales Ergebnis in der Telegram-Gruppe oder auf Instagram. Check das gerne mal ab. Link dazu in der Videobeschreibung. Ansonsten gerne kostenlos abonnieren. Daumen nach oben da lassen. Kommentieren. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ich kann nur noch sagen, hau rein und ciao.